Du hättest das in den letzten Tagen erleben müssen, ich war fast nicht erinnern. Sie hat richtig viel online, sie hat nicht mit mir gespielt, sie hat mich nicht einmal eingeladen. Awww. 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 Das ist echt traurig. Ich bin sogar so verrückt, dass ich sage, ich streame heute LOL. Awww, dann stream ich auch LOL. Ich streame kein LOL. Ich falle nur durch die Gegend. Yay! Und ich guck zu. Du kannst hier einfach runter treiben mit der Dolly. Okay, das ist gut. Und eine Glasscheibe, was? Wieso macht der hier nicht? Was? Wo ist denn das? Ach, das ist das Upgrade. Sorting Upgrade. Ah! Alles klar. Haben wir Glas? 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 Nein, haben wir noch Glas? Sag dem... Alex, sag dem Rebbermund, sag dem mal hier, der soll das jetzt hier machen. Wer denn? Wer soll was machen? Wieso habe ich eine Sonne im Inventar? Wisst ihr nicht, wie gefährlich das ist? What the fuck? Bist du jetzt selbst mal gekehrt? Was, wo hast du eine Sonne? Jetzt würde ich jetzt jemanden machen. Äh, der läuft natürlich die ganze Zeit schon. Natürlich. Ja, mh, natürlich. Er hat nicht nur das Fenster gepoppt. Äh, ich meine, geoutet. Gepoppt-outet. Natürlich. Ach, das könnte eventuell dran liegen, weil da kein Strom drin ist. Ah! Schön, wie sehr danke. Ja, Glas haben wir gerufen, wir haben auch Sand genug. Haben wir noch hier diese Konduits? Was willst du für Konduits? Ja, die, die orangenen Konduits. Hier, eine habe ich noch. Entschuldigung, mehr habe ich nicht. Dann brauche ich noch Gold. Schnell raus, bevor sie es nimmt, schnell raus. Ich brauche das Gold auch gerade. Wie viel Gold brauchst du? Wie viel Gold brauchst du? Weiß ich nicht. Warte mal, ich gucke erstmal. Kann auch sein, dass ich es schon fertig vorbereitet habe. Ja. Ich habe wieder Gold reingetan. Jetzt kommst du mir plötzlich so, weißt du? Jo. Wieder kein Platz. Wo ist denn die Dolly? In meiner Hand. Ach, jetzt braucht die die gerade. Kannst du die schon nehmen? Bei mir ist das nicht allzu wichtig. Na, gib mal. Oh Gott. So, ich habe jetzt wieder 33 Konduits. Ich brauche kein Gold. Ist das langsam. Mach ich doch gerade. Nimm halt deine Gegex in die Hand. Dann hast du es wieder ungefähr ausgeglichen. So. Und dann muss das da drauf. So. Und das da drauf. So. Das da drauf. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie was, dass wir sagen können, ach ich brauche das und das und dann muss das automatisch hier hin transportiert werden. Ja. Zu dir. Das wäre noch so das Richtige, ne? Ja. Ja, dann schalte dir doch einfach unten irgendjemanden hin als Sklave. Stimmt. Ein zuschauen muss immer unten. Sagst du mal oben, ich hätte gerne 20 Fackeln und dann sucht er dich und dann bringt er dich raus. Das ist ja geil. Neue Aufgabe gefunden für den Nächsten, der mitmachen will. Ah, herrlich. Hätte schon Angst, dass ich das jetzt machen muss. Ne. Ja, du bist ja schon besetzt. Ladle geht farm und ich bin für die dummen Kommentare zuständig. Eben. Ja, eben. So. Und er macht es immer noch nicht. Lalalala. Ich wusste gar nicht, was man mit den Barrels so viel machen kann. Ich habe die immer für dumm gehalten, die Barrels. Das funktioniert hier nicht. Was mache ich falsch? Einiges. Ja, Onkel Lili sagt auch die rechte Arbeitsverteilung. Und vieles. Gleich wird nur alles überlaufen, weil kein System mehr irgendwas produziert, weil nichts mehr angeschlossen ist. Aber so ist das dann halt, ne? Das müssen wir machen. So, Chemiezeug räume ich, glaube ich, mal eher nach rechts. Alex, ganz kurz nur, weil sonst geht uns nämlich langsam das Zeug aus, was wir brauchen. Gesundheit. Was willst du denn? Hier der, der, der T2, ja? Der was? Hier oben dieser Stein-Typi. Wo muss ich da jetzt drauf drücken, damit der jetzt das wieder, äh, äh, macht, das Moonturf? Der T, was, was macht der denn, der T2-Dings da? Der macht Moonturf. Er soll Moonturf machen, aber er macht zurzeit gar nichts. Der ist ja unten voll, wo soll das denn hinlagern? Wieso oben voll? Er muss das doch unten in die vier Dinger reinlagern. Äh, kannst du mir mal mehr helfen? Äh, äh, ähm, apply. Der soll einen Moonturf machen, ja? Ja. Ich bin auf dem Mars. Apply. Und du willst das wohin haben? Auf, du sollst es auf extern stellen, so. Bei Feinherrschaften sehen das wohl nicht ein. Ja, ne. Er muss, er muss das jetzt machen. Ja, ich hab auf Ex hergestellt. Er war auf intern. Er hat das quasi nur für sich selber hergestellt, aber da war kein Platz mehr. Ach so. Der angreifen. Ja. Jetzt hat das oben reingepackt. Das wird aber nicht abgepumpen. Muss noch irgendwas, äh, ne? Ja. Und ich stehe die Häfte der Zeiten. Hatte ich jetzt hier Chemiezeug oder hatte ich jetzt hier Erze drin? Ich glaube, Erze, Erze müssen nach hier. Sehr, sehr gut. Richtig. So, ich muss noch, ich muss ein bisschen aufräumen lassen. Ich muss das Chemiezeug irgendwo nach rechts räumen, glaube ich, sonst blicke ich hier irgendwann nicht mehr durch. Chemiezeug hier hin. Weil ich hatte nämlich das Problem, dass die Kiste jetzt langsam leer gelaufen ist, da oben. Ich hab sie ja hier umgestellt, alles gut. Ist auch Chemie, es kommt auch noch da. So, jetzt kann ich mich wieder meinem anderen Problem widmen. Wie kriege ich jetzt da, den ämteren Kanister, dass das Rocket Pew rein von der, ähm... Ach, die Uhr war voll, das ist eine große Uhr, ich seh schon. Ja, da steht ein Skelett und ich kann's nicht angreifen, weil's bei mir so rumleckt. Mach's kaputt. Rechts von mir. Warum leckt bei dir das Skelett? Halt, stopp. Ist doch noch kein Sorting-Upgrade, ne? Genau, so, passt. Ach so, das hat einen Bogen fallen gelassen. Passt nicht. Ganz langsam hat's einen Bogen fallen gelassen. Ich bin mal verzaubert. Guck mal hier, bitteschön, extra für dich. Vielen Dank. Ja, bis hier drinnen stand. Ach, wie so aussehen, wie so'n Igel. Ja, weiß ich nicht, wie ich das rauskrieg. Gibt's denn nicht irgendwie so'n, so'n, ach wie hieß denn das mal? The Beast Ultimate, so'n, so'n, ähm... Die, ähm... Ach, den, ja... Ja, ich verstehe. Vollfüllen, weißt du, welchen ich meine? Irgendwann was? Refinery... Gas, Liquid, Fire, Refinery... Refinery... Refinery gibt's, oder gab's zumindest im Fleet Waste? Die Refinery gibt's, aber da gab's ja schon... Wir haben nur so'n bisschen O als Reserve. Ja, nur ganz klein bisschen. Jetzt bräuchte der Raser eigentlich noch einen Sklaven, der da hoch und runter rennt. Das ist ja gerne mal mit Liquid Fuel Power... Nee, das mach ich grade gerne selber, ich hätt schon sonst jemanden gefragt, wenn ich's nicht selber machen würde. Wascher Generator... Wenn es... Fuel Tank... Ich brauch gleich ja irgendwo überall Rechtskrieg drauf machen, da alle Barrels sperrt, die noch nicht gesperrt sind. Halt, das vergessen. Gas, Compressor... Achso, du sortierst das, ne? Wie ich sortier das? Ach, guck's bei mir zu. Die Fuel Law, da könntest du das nicht sagen. Nee, ich... ich tu nur so. Ja, ich... ich packe die Erze nach links so'n bisschen. Ich mein, ich kann hinterher immer noch umsortieren, wenn ich will. Weil ich kann die Barrels ja immer wegnehmen. Aber äh, äh, dann ist das deswegen so'n bisschen da unten... Nicht ganz so viel Chaos wie wir sonst immer hatten. Hier ist ein Fuel Law. Mal kurz reingucken. Da krieg ich das ja auch nicht da rein. Er lädt das ja nur in die Raketen rein, der Fuel Law. Die ganzen mittleren Barrels sind natürlich jetzt alle noch frei, das ist ein bisschen doof, aber... Na gut. Kommt ja auch noch was von anderen Planeten, so ist es ja nicht. Ach, wie viele Kisten sind das ja noch hier, ey, das ist ja schrecklich. Wer hat denn die ganzen Barrels gebaut? Uri. Stimmt. Wie war das? Dann ist wieder alles gut. Was ist hier drin, was sind das? Steine. Wo sollen die denn hin? Ich hab überhaupt keinen Platz für gerade. Der lädt das nur irgendwo rein, das ist ja auch bescheuert. Lidl hat die Päcke, Ex nicht umgestellt, Lidl war's! Was ist das? Äh. 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 Wo denn? Wo denn? Hast du Zeit gemacht? Also Lidl, was machst du nur für ne Scheiße? Ich sollte verarmen, als würde ich mit Singleblock verarmen. Nix passiert. Was denn? Alles gut. Was denn? Also ich weiß nicht, von was du redest. Äh. Dadadam. Dadadam. Dadam. 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 Alles macht's kaputt. Da guckt man einmal nicht da hoch, ne, und schon ist alles kaputt. Ich glaube, beim nächsten oder übernächsten Mal stehen da hinten Widerkisten, wo alles irgendwie komplett phil reingeworfen ist. Nee, wir sortieren doch jetzt gerade alles. Gipsturich 10 Minuten. Bei Agrarian Skies wirfts auch immer da irgendwas irgendwo rein Das ist das Problem, ich mach das nämlich auch Schon haben wir das Chaos perfekt Hier schmeißt du immer noch irgendwas rein Da kommen eure Sklaven, die versuchen das irgendwie wieder zu pendigen Ich sortiere heute auch hier, ist ja nicht so, als würde ich heute nicht sortieren Du schiebst einfach nur alles von der einen Seite zur anderen Aber guck mal, ich sortiere das dabei Ich mach sogar so überall Sorting-App drauf, damit das ja auch vor allem sind dabei Jetzt reden die davon, ich muss alles kaputt machen Hier ist doch alles heil Hier stört nicht, seitbei steht hier eine Wand, ich verstehe da nicht Das hat die nicht gerade so viele Steine im Inventar Ich würde ja auch immer irgendwo herkommen So dieses Opel, lass ich mir stehen, weil O haben wir schon unten genug Ah, wo ist meine Kiste? Welche Kiste suchst du? Die hat wahrscheinlich Julia abgebaut, äh Julia, Nina abgebaut Das heißt, das heißt ja schon Julia, jetzt hab ich's geschafft Die steht da hinten, hol sie dir Das ist meine Kiste Ja, da hinten steht irgendwo Oh, die hat jetzt meine ganzen Kisten hingepackt, hier irgendwo, ne? Ja, hinten zu den anderen Ach du, ahnst es nicht Was ist das hier für eine orangene Flüssigkeit? Eine Kiste, das hat niemand, keine Ahnung, das frage ich ausnahmsweise wirklich nicht Das kann ich gewesen sein Oh, ich stehe hier nicht in lila, irgendwann haben wir eine bunte Base Das kann ich gewesen sein Oh, man So Irgendwelch müde, ey Du spielst gleich noch Leute Wie krieg ich das jetzt aber da rein? Das kotzt mich an Wozu hat man denn hier Rocketfield-Tanks, wenn die noch nicht mal irgendwie... Was ist dein Problem? Nix Alles klar Danke für deine Seele, St. Raider 2 Die kriegst du nie wieder Das weiß er ja, äh, nicht, aber Warum verrätst du es immer allen? Sie ist fertig, sie ist fertig Scheiße Dann tu die Inderlili einfach in die Kiste rein Die hast du wahrscheinlich auch abonniert, wo ich... Äh, die, nicht die Inderlili, sondern die, die, die Enderperle Tu die mal in die Kiste Ich will, ich will sehen, ob sie einsortiert wird Dann müsste jetzt hier unten schon zwei sein Ja, ist angekommen, perfekt Ich habe ihr lange Zeit zugeguckt, ohne ihm zu folgen Heimlich, weißt du, er ist einer von den Heimlichen Ja, ja, das sind die Schlimmsten Kenn ich auch eine Person Ich weiß gerade nicht, ob sie zuguckt, aber sie müsste sich angesprungen sehen Wie, die folgt mir auch nicht Ja, was ist das? Ne, bei dir weiß ich das Ich habe heute überhaupt keinen Twitter-Konnenten und so Äh, Sani, was? Regelmäßig Oh Gott, ey, heute Namen Hallo, ich bin Nina Ja Ich bin Vanni, also Also ich bin eindeutig nicht Nina, also Und ich bin eindeutig nicht Vanity, also Guten Tag Was? Ich habe keine Zeit, ich muss, ich muss abbauen Ich habe mich, ich möchte, ich bin